löchen liebe freunde auch ein kanal von pvb ok servus grüßt euch ja weiter geht es mit medivil dynasty mit einem kleinen guide welcher platz wäre gut um ein dorf zu errichten dazu habe ich jetzt mal hier in der landkarte die es gibt mal verschiedene sachen eingetragen als erstes mal seht ihr hier die schwarzen kreise mit 12345 beschriftet das sind die möglichen standorte für ein dorf dann habe ich im umkreis ja paar ressourcen eingetragen wo es lehm und schilf gibt ihr braucht lehm um die häuser zu verputzen das heißt die häuser zu dämmen gegen kälte und wärme schilf braucht er um die rieddächer machen zu können ja und schlussendlich brauchen wir aber auch ja höhlen weil wir dort minen errichten können um erze erzvorkommen abbauen zu können die wir dann in der schmiede und so weiter bearbeiten für eisenhacke eisenpfeile bronze axt etc und ja da möchte ich euch das mal erklären warum ich auf diese idee gekommen bin diese punkte einzutragen der erste punkt ist auch mein favoritpunkt hier oben ist relativ flach es gibt schilf es gibt fisch ihr findet viel holz ihr findet kleintiere die am anfang jagen könnt und stein und äste gibt es hier massig es gibt hier auch ganz viel an kräutern die ihr sammeln könnt ihr auch benötigt um eure gesundheit wieder aufzupäppeln falls euch was passiert ist also das ist mein favorit der zweite punkt wo man ein dorf errichten könnte wäre die nummer zwei denn da gibt es leben links davon und ja zum schilf ist natürlich ein bisschen weit ich habe aber auch nicht alle vorkommen eingetragen sondern nur die die eigentlich auch in der nähe und auch wichtig sind ihr habt hier drin fisch ihr habt hier drinnen holz da findet ihr auch wieder alles mögliche und kleintiere zum jagen punkt 3 wer hier unten an dem großen see da gibt es also leben vorkommen auf der anderen seite gibt schilf was benötigt würde wir haben bei punkt 4 schilf und bei punkt 5 hätten wir hier in der mitte zwischen der höhle und punkt 5 hätten wir leben und schilf und wir haben hier unten sagen wir mal drei höhlen in gleichmäßigen abstand und da wird es sich gegebenenfalls ein dorf bei vier oder bei fünf lohnen ist natürlich jetzt das problem darüber zu laufen so viel schilf zu holen damit ihr die rieddächer machen könnt könnte vielleicht ein bisschen problematisch sein am anfang denn ihr seid am anfang sehr gefordert euch genug essen zu machen und kleintiere zu jagen damit ihr euch am leben erhaltet sollte sie es nicht schwieriger machen wie es unbedingt notwendig ist ich würde eher vorschlagen dass dorf 4 und dorf 5 gegebenenfalls etwas ist für spieler die schon fortgeschritten sind was ich mir aber gut vorstellen könnte sind ein zwischenlager zu errichten also eine mine zu errichten grabstelle zu errichten und ja dort ein zwischenlager einzurichten in der nähe der höhlen könnte ich mir gut vorstellen und dort das material in dem lager zusammen im materiallager ihr könnt euch auch hier oben das dorf bauen und ihr habt dann auch wenn ihren materiallager hier oben habt zugriff auf das materiallager was hier bei der höhle ist also ihr müsst da nicht immer hin rennen und das zeug holen was ihr braucht ja das wären so die alternativen die mir so einfallen ist natürlich auch idyllisch gelegen hier zum beispiel also nummer zwei nummer vier und fünf die sind idyllisch gelegen wäre auch zwecks dem auge wäre es eine schöne sache da ein dorf hinzubauen könnt ihr ja machen ist ja alles kein problem ihr müsst ja nicht unbedingt dort anfangen sondern wenn es euch jetzt hier in punkt 1 gut geht dann könnt ihr ja expandieren und baut so kleine nebendörfer auf das ist ja alles kein problem könnt euch ja austoben wie ihr meint und das sind auch jetzt eben wie gesagt die gründe die ich euch nennen wollte und zu erklären warum man wo vielleicht dörfer bauen könnte was ihr daraus macht bleibt ihr euch überlassen dann schaut mal in die video beschreibung dort findet ihr immer wieder mal links schaut mal bei der lakes an rein auf youtube der link ist auch drinnen von ihr die spiel das spiel sehr schön sehr unterhaltsam macht richtig spaß zuzuschauen ja ansonsten wenn ihr lust und laune habt und euch das gefallen hat dann gebt mir doch ein like und schreibt vielleicht einen kommentar habt ihr vielleicht irgendwelche wünsche was er besonders wissen wollt sehen wollt dann schreibt es im kommentar und dann werde ich versuchen da ein video drüber zu machen ansonsten sollte das eigentlich mit dem guide jetzt hier gewesen sein und da sage ich recht herzlichen dank für sein schauen ach so bevor ich es vergesst leute denkt mal dran 80 prozent meiner zuschauer sind noch nicht abonnenten die hier die videos anschauen bei mir schade drum also man könnte hier schon mal noch paar abonnenten dazu bekommen also klickt einfach drauf und abonnierten kanal kostet euch ja nix und dann macht die glocke an der seite immer informiert was ich neues hochlade jo also in dem sinne heute bis zum nächsten video tschüss bei bei adevideci euer pvb ok